Guten Morgen! Ich bin natürlich ein bisschen kränklich geworden. Das heißt, es wird heute für mich, glaube ich, ein Tag auf der Couch. Mein Mann schafft gerade unseren Sohn an den Kindergarten. Der bleibt ja heute bis nachmittags dort, den ersten Tag. Also habe ich viel Zeit, mich zu erholen. Ich koche mir gerade einen Tee, wir werden gleich frühstücken. Und dann werde ich heute viel lesen, viel Filme gucken und einfach couchen und Tee trinken. Ich liege halt gerade hier schön so mit Bettdecke und Wärmflasche. Und ich werde jetzt die ersten Seiten von Touched, die macht der ewigen Liebe lesen. Ich bin schon gespannt. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen reinfitzen. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig genau daran erinnern, was im zweiten Teil passiert ist. Vor allen Dingen nicht, wie es ausgegangen ist. Also wird es erst wieder ein paar Seiten dauern, ehe ich mich so in die Geschichte reingefunden habe und mich wieder reingedacht habe. Aber das ist eigentlich immer bei mir so. Vor allen Dingen, wenn die Bücher schon echt ein paar Monate zurückliegen. Und danach werden wir uns den zweiten Teil von Captain America angucken. Haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und dann mal gucken, wie mein Gammelkränkeltag so weitergeht. Ja, ich bin noch nicht so besonders weit mit dem Buch. Ich bin jetzt beim dritten Kapitel bei Seite 39. Aber ich muss sagen, der Einstieg wurde einem sehr, sehr, sehr erleichtert. Ich hatte erst Angst, dass ich erst ein ganz paar Seiten brauche, um mich in die Geschichte wieder einzufitzen. Aber es setzt wirklich, also es setzt nach vier Monaten ungefähr wieder an. Aber es wird so gut erklärt und es wird so gut wieder eingeführt. Und es wird so viel nochmal halt wiederholt, was passiert ist, dass man da echt gar keine Schwierigkeiten hat. Das hat mir also schon mal sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich komme nicht so richtig weiter, weil ich Kopfschmerzen habe und mir es allgemein so geht. Ich hasse das. Dabei ist so schönes Wetter draußen und wir werden auch gleich ein bisschen spazieren gehen. Dann würde ich mal ein bisschen an die frische Luft kommen und so. Ich werde heute auch noch ein bisschen weiter lesen, auf jeden Fall. Aber ich hasse es, krank zu sein. Auch wenn es jetzt nichts Wildes ist oder so. Ich habe ja kein Fieber oder irgend sowas. Aber einfach so dieses eingeschränkt sein und sich nicht wohlfühlen, das reicht schon. Das nervt schon genug. Wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal. Ich werde heute Abend sicherlich nochmal ein bisschen lesen können. Ich bin sehr gespannt, wie es so weitergeht, wie die Geschichte vor allen Dingen auch endet. Das ist halt immer das Tolle eigentlich an dem letzten Buch von der Reihe. Weil es ja dann darum geht, wie wirklich die Reihe auch abschließt. Und es gibt bestimmt noch einige Wendungen und Veränderungen. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie es so laufen wird. So, also mir geht es mit Stunde um Stunde schlechter. Ich habe jetzt auch noch schön Schnupfen dazu bekommen. Und es nervt einfach nur. Ich probiere mich gerade durch alle möglichen Hausmittelchen durch. Also ich habe gerade Milch mit, also heiße Milch mit Honig getrunken. Weil Honig ja antibakteriell ist. Dann habe ich mir von Salbei-Tee gekauft. Den habe ich aufgesetzt, damit ich dann damit gugeln kann und Halswickel machen kann. Das kenne ich noch von früher, als ich ein Kind war. Und dann hoffe ich einfach, dass das morgen wieder vorbei ist. Es nervt einfach nur. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist das hier. Das kam nämlich heute mit der Post. Das ist von der Seite Geschenke für Freunde. Kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Da gibt es ganz tolle, mal so andere Geschenke-Ideen. Gerade so für Leute, die schon so alles haben, wo man nicht weiß, was man schenken soll. Findet man da auf jeden Fall irgendwas. Und ich habe jetzt hier diese vier Tierchen. Das sind, hinten sieht man das, solche Bastelbögen im Endeffekt aus Papier. Und dann kann man diese lustigen Tiere draus basteln. Finde ich super, super toll. Zeige ich nochmal ausführlich dann auf meinem Hauptkanal in einem Video. Die werde ich dann beim Kleinen ins Kinderzimmer stellen. Irgendwo oben hin, wo er nicht rankommt, weil sonst sind die zerstört innerhalb von Minuten. Aber ich habe mal was zu tun, so abends vor dem Fernseher. Wobei ich ja jetzt gerade an meiner Herbstdeko bastle. Was ich euch aber in den nächsten Tagen dann nochmal ein bisschen genauer zeigen möchte. Weil die eine Herbstdeko, an der ich gerade momentan sitze, wird zum Großteil aus Buchseiten gemacht. Finde ich sehr, sehr schön. Zeige ich euch, wie gesagt, dann nochmal. Ja, ich wollte euch bloß das kurz zeigen. Falls euch das interessiert, abonniert meinen Hauptkanal. Der ist ja unten in der Infobox verlinkt. Da kommt dann nochmal ein ausführliches Video dazu. So, ich mache jetzt nochmal ein Erkältungsbad hier wieder mit diesem Kneipe Erkältungszeit. Was schon ganz schön grammelig aussieht, weil das hier alles runterläuft. Das möchte ich gleich mal sauber machen. Und ja, versuche so meine Erkältung in den Griff zu bekommen. Ich habe gerade auch schon ein Kamilledampfbad gemacht. Und danach werde ich noch ein bisschen in touch lesen und noch ein Filmchen schauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Es tut mir leid, dass das Video nur so kurz und inhaltslos ist. Aber mir geht es heute wirklich nicht gut. Ich wollte euch trotzdem ein bisschen was zeigen. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.